Moin, wir sind hier in Jandulsbrunn bei Knaus Tabbert. Wir haben hier unser geiles Weinsberg Wohnmobil in Empfang genommen, was wir für anderthalb Wochen jetzt ausgeliehen haben. Und als erstes geht es jetzt zum Drei-Länder-Enduro an Rechenpass und danach geht es weiter zur Eurobike. Das wird eine gute Zeit. Tag zusammen, ich bin der Florian und normalerweise stehe ich hinter der Kamera. Aber der Benni und ich, wir machen einen kleinen Roadtrip und sind hier bei unserem ersten Ziel angekommen, der Rechensee. Geiles Wetter. Morgen geht es weiter mit dem Drei-Länder-Enduro-Race. Powered bei Alutek und BC. Und ja, da freuen wir uns drauf. Wetter ist perfekt. Ja, drum würde ich sagen, wir gehen heute noch eine Runde Biken und morgen geht es zum Rennen. Ach so, machen wir es hoch. Geil. Sauber. Ja, Mann. Ja, ich war jetzt mal in die Rennen vor den Garten. Okay. Ja, aber hier geht es wieder. Wir gehen jetzt wieder an den Rennen. Ich kann jetzt wieder einmal nach das Rennen vor den Garten. Ja, ich kann mich führen. Wenn ich die Rennen vor den Garten! Untertitelung des ZDF, 2020 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 aufs 3 Länder in Dogo und das wird eine ziemlich coole Sache. Bis morgen. 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 Bis morgen.